Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, was ich heute mache. Deswegen alles. Mal die Tiere kümmern. Und sowas in der Art. Oh, ich sehe schon. Wir brauchen Gras. Da komme ich gleich wieder. Wir brauchen Gras. Hier ist sehr viel fertig. Ah. Ach so. Ich habe ein bisschen drüber geschaut. Deswegen habe ich es nicht gleich gesehen. Okay. Ja, VIPs. Frisches Gras. Das schießt aus dem Boden. So. Ja. Uff. Ja. Asi, was machst du da? Hat jetzt was passiert? Hat was jetzt hier geploppt? Hat irgendwas geploppt? Schauen wir noch kurz zu den Kühen. Weil die werden auch. Ein bisschen. Ja, da, hier geht's. Hier geht's. Aber hier sind die Bäume im Weg. Trüffel. Oh, jetzt ist Strauß. Strauß Klaus. Okay. Hm. Also Ei habe ich noch keins. Ich bin mir aber sicher, ich hätte irgendwo ein zweites Straußenei. Ich weiß nur nicht wo. Warte, ich mache hier mal zu. Na, Junimos. Habt ihr schon mal was geerntet? Ja. Ach, die Party, was von der Fee letztens stimmt. Seid ihr fertig? Ja, wir haben jede Menge Mais. Hier sollten wir was bauen. Aber wo kriege ich Algen her? Das ist, glaube ich, das, was ich als nächstes jetzt in Angriff nehme. Algen. Kriege ich Algen nur in der Höhle? Haben wir eine Mr. Kree Mission? Nur so. Frag für einen Freund. Und fange einen Langdorsch. Langdorsch. Okay. Bürgermeister Lewis hat seine... ...haha, ihn zurückzugeben. Ich will ihm die Shorts nicht zurückzugeben. Aber ja. Machen wir das mal. Die Heiligen Shorts. Kriege ich die dann eigentlich wieder? Mir hat doch jemand gesagt, ich kriege die wieder. Ja, nein. Ich weiß es nicht. Ah ja, hier haben wir ja fertig gepflanzt. Das ist schon mal toll. Ah, die Ente schwimmt. Wie süß. Quark. Danke, Stein und Baguette. Hallo Lukas. In einer Woche. Ja, Stadtfest. Ja, jemand hat dich gefunden. Wieder Steiner. Also mein Briefkasten ist voll. Also mein Briefkasten ist voll. Okay. Verkauf den Blödsinn jetzt. Da. Steine würde ich behalten. Das hier... Nö. Brauche ich nicht. Vielleicht noch Wein? Ah, ich hole mir zuerst... Wir haben Herbst. Das wächst im Herbst relativ gut. Ähm... Warten. Sommer. Hm. Ist ja alles nur im Sommer? Herbst. Okay, Kürbis. Aber das... Möchte ich jetzt nicht. Ich gehe mal zu Pierre. Mal schauen, was er dazu sagt. Was ich da hole. Und hallo, Leute. Ah, und... Ich glaube, du schaust gerade zu. Farben mehr, glaube ich. Ich habe den Kommentar gelesen, ne? Schaust ja wahrscheinlich gerade zu. So, vermute ich mal. Habe ich alles gelesen. Danke für die Tipps. Wenn ich mich jetzt mit dem Namen nicht vertan habe. Da, 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 da. Pflanze sie im Sommer? Nee, im Herbst brauche ich. Die könnte ich noch im Herbst. Hm. Ja, komm. Soll ich die Boxershörte Bürgermeister geben? Ich kann die halt nicht vervielfältigen. So wie früher. Glücksshorts. Luxuriösen Gold. Die will ich dem Bürgermeister gar nicht geben. Ich muss schauen. Vielleicht kann ich das irgendwie anders vervielfältigen. Keine Ahnung. Ähm, muss ich hier noch irgendwas machen? Habe ich irgendwas dabei? Nein. Ja, dann. Wisch. Ab nach Hause. Das ginge sich so normalerweise nicht. Ich lasse das Feld so. Da war eigentlich geplant, dass ganz was anderes hingehört. Aber ich lasse das so. Ja, nix fertig. Oh, ich könnte eigentlich in der Stadt was anderes machen. Warte mal kurz. Hier schaue ich noch kurz rein. Ne. Hier. Das mal alles nehmen. Das nehme ich auch. Blub, blub, blub. Okay. Gebe ich alles ab. Oh, ich könnte noch einen Baum machen. Interessant. Okay. Keine Ahnung, wieso ich das nicht gemacht habe. Das hier. Dann das hier. Glücksessen behalte ich mal. Die Vogelscheuche stelle ich gleich auf. Ja. Crack. Das habe ich. Was fehlt mir eigentlich noch? Ich muss halt Schleimisch schlachten. Das ist so ein Ding, was mir noch fehlt. Was habe ich hier drin? Was habe ich hier drin? Ah ja, wir könnten noch zu den Waschbären, weil die Tage sind jetzt um und da könnte was Neues sein, ne? Bei den Waschbären. Wie mache ich die Vogelscheuche am besten hin? So, eins davor. Blaue Schleimeier. Gönne ich mir mal? Die Blauen da drüben sind ein bisschen wenig. Nein, der hier ist zu. Das wollte ich nicht. War ein schöner Baum. Hat mir gefallen. Tschau. Na, Schleimis? Kommt mal her. Kommt. Ja, putsch, putsch, putsch. Hier wird lieber gemacht. Wie sie alle aus den Büschen rausspringen. Katze, du passt auf. Hier. Da oben ist noch eine Orange. Die gebe ich gleich ab. Ciao. Gefährlich. Gefährliche Schleimis. Ich will aber Tiger-Schleimis. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Chance zu erhöhen, dass ich so etwas bekomme? So ein Tiger-Schleimei? Hm. Fragen über Fragen. Oh, süß. Da ist ein Baby-Schleimi. Hey, Gas. Schau mal, ich habe da was für dich. Oh, und mein Kumpel hier gebe ich einen aus. Hier. Freut mich. Da, 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 da. Durch geht's. Ich hoffe, der Ton passt heute. Ich weiß, dass Leute zusehen. Ich weiß, dass ihr da seid. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob der Ton passt. Natürlich wird er passen, weil ich habe das gestern die ganze Nacht getestet, aber ich weiß das nicht, wie das im Livestream ist. Im Livestream ist immer alles anders. Okay, das kann weg. Moos brauche ich und ich wollte hier zu Hause noch pflanzen. Das lasse ich so. Ich gehe krass auf Maisproduktion. Okay. Hier. Und hier. Fertig. Der Baum sieht schon ganz cool aus hier. Äh, habe ich noch Vielleicht könnte ich da zwei solche hinmachen. Und das könnte dann cool aussehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe davon noch Saatgut. Von den speziellen Bäumen. Da, die hier. Zwei reichen. Hoffe ich. So, dann muss der eine Unimow da weichen. Weiche Unimow. Äh, wo mache ich dich hin? Schade, dass ich den da nicht raussetzen kann. Ah. Der kommt gerade vom... Von der Schildkröte da runter. So. Das sind zwei unterschiedliche. Ach, nö. Aber ich... Ich habe noch was vergessen. Ich habe da noch was vergessen. Hier. Zwei Stück. Dass die auch schnell wachsen. Mal schauen, wie das aussieht. Mit zwei unterschiedlichen. Gut. Wurde gedüngt. Jetzt könnte ich noch die restliche Zeit hier ein paar Schleimeier verteilen. Am klügsten wäre das unten, weil... Da wird noch keine kritische Masse erreicht. Und dann könnte ich noch kurz in die Höhle gehen. Und hier. Uns geht es gut. Bom, bom. Okay. Uns geht es gut. Habe ich jetzt hier das Maximum erreicht? Was brauche ich dafür? Ah, das. Feenstaub. Hm. Okay. Schleimis. Hier. Habe ich das hier auch gemacht? Und dann wollte ich noch hier rüber. Um mal zu schauen... ...ob ich hier vielleicht ein paar Algen bekomme. Okay. Zuerst hier lang. Gibt es hier Algen? Ich frage für einen Freund. Autsch. Hier gibt es keine Algen, ne? Schade. Dann kriege ich die nur in der Höhle. Hm. Oder ich angele die. Aber ich will keine Algen angeln. Das dauert ewig. Ja, Schleimi. Der blinkt. Ja, wenn ich hier rüber gehe, bin ich, glaube ich, schneller. Ich probiere es mal. Ich habe eh nicht mehr lange Zeit. Und es ist gut, dass ich meine Teleporter abgelegt habe. Das war sehr gut. Okay. Welche Tiefenschicht sind die denn? 70? Da ist Eis. War das weiter unten? 50? Hä? Nee? Spinne ich jetzt? Hi, Lukani. Wieder mal in Zeitnot? Was? Ja, ein bisschen. Schreien der Haus. Herausforderung. Das alte magische Siegel des Schützers. Heben und mächtige Monster erlauben. Ja, natürlich. Geht das jetzt schon? Nee. Nee. Wahrscheinlich geht das erst morgen. Bing. Und Lukani, ich habe neue Funktionen. Ich bin ja gerade in einer Höhle. Ich probiere das mal. Okay. Hört man mich? Hört man das Tropfen? Und wie ist mein Ton? Versteht man mich? Nur so eine Frage. Als müsste man so ein leichtes Tropfen hören und... Ich habe auch noch ganz anderes Zeug. Ich gehe mal durch. Oder das hier. oder so ein bisschen Sing-Sang mäßig. Geht auch. Aber lassen wir das mal. Das soll so Situations-Komik sein, Habe ich gestern rumprobiert. Ich habe auch so eine Anime-Stimme, aber ich... Ich weiß nicht, wie die so rüberkommt. Gott für VIP-Bereich. Für VIP-Bereich da immer als Gott hin? Das wär's. Das wär's. Aber ich habe mir das eher bei Wimworld vorgestellt. Da passt das ziemlich gut. Weil da bin ich ja sowas wie ein Gott. Achso, natürlich habe ich's wieder nicht geschafft. Gut. Und ich habe noch einige andere Sachen. So, alles für so Situations-Komik. So. Und ich bin ja noch nicht ganz fertig. Oh, die wachsen schon. Ich hoffe, die sind in ein paar Tagen fertig. Heute schon vielleicht in dieser Aufnahme-Session. Wär toll. So, im Museum ist jetzt schon lange nichts mehr passiert, ne? Hm. Ich sollte hier mal ein bisschen schöner machen. Irgendwann. Ah ja, warte kurz. Soll ich das jetzt machen? Okay, warte kurz. Meine lieben kleinen Freunde, VIPs, hier und da. Wie ihr jetzt von meiner Energie, meiner göttlichen Energie. Energie. Nun, zählt an, was ich euch vollbracht habe hier. Ämchen, Drachen, Häschen, Maggots. Ah, okay, okay. Ich gehe wieder. Ich liebe alles an. Okay. Ah. Ja, Ja, ich werde das... Oh, du bist groß geworden. Ah. Gut. Na ja, warte mal kurz. Ob da jemand drin ist? Ich ruf mal rein. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Na ja. Ich werde damit ein bisschen rumspielen die Tage, ne? Hier ein bisschen Cola. Hier wird fleißig geerntet. Also, für was habe ich denn die Eier überhaupt mitgenommen? Finde ich gut. Ich auch. Sonst hätte ich das jetzt nicht gestern den ganzen Tag noch gemacht nach dem Stream. Ah. War aber nicht so einfach, weil ich muss jetzt jedes Mal die Rauschunterdrückung ausmachen, weil das stört irgendwie. Bei den normalen Sounds nicht, aber sonst stört das. Das ist ein bisschen blöd. Ah, da ist einer fertig. Glückspfote. Hm. Na, für Warhammer hätte ich das hier. Warte kurz. Hallo? Ich bin's. Aus Warhammer. Ein bisschen verzerrt, ne? Brauch ich. wär cool. Wendig. Ich knall euch alle ab. Ah, so. Hab ich auch. da hab ich was besseres. Warhammer. Da gibt's noch einen anderen. Hab ich den? Ja, ich hab da noch einen von Warhammer. Könnte ich auch machen. Was wär der hier? Ach so. Ja. Ups. Ja. Hab ich die ganze Zeit? Hatte ich das jetzt die ganze Zeit an? Oh Gott, das könnte ein Fehler werden, wenn ich das die ganze Zeit an hätte. eine ganze Folge nur in Gottsprache. Ah, sorry. So, jetzt passt das wieder. Minimal. Ah, eine ganze Folge mit dem. Oh. Heute ist Festival. Kacke, ich hab nichts mit. Jetzt kann ich nicht mehr raus. Hm. Ich hab aber die Boxershort mit. Das ist schon mal gut. Das hab ich auch. Was? Und ein bisschen Moos. Mal gucken, was der Bürgermeister dazu sagt. Du bist gefühlt nicht vorbereitet. Nein, bin ich nicht. Ah. Ich bin gefühlt nicht vorbereitet. nie für irgendetwas. Da wird ein bisschen Kunst gemacht. Will ich hier überhaupt irgendetwas? Hm. Oh. Das wär nicht schlecht. Und das hier auch nicht. Hm. Ich weiß nicht. Glücksspiel? Wir gehen mal ganz kurz ein bisschen... Ist das jetzt anders? Hä? Fischen war doch immer hier. Oder? Kaufestern. Okay. Meister. Grün. Ich investiere alles. Alles in grün. Sieg. Hat schon mal funktioniert. Grün. Nochmal hundert. Alles in grün. Ich hab jetzt keine Ja-Markt-Stimme, ne? Das wär jetzt sonst lustig. So, äh. Okay. Grün. Investiere ich nicht ganz so viel. Weil ich nicht weiß. Was? 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 Was wird hier jetzt gelacht? Hä? So. Gut. Grün. Wieder ein bisschen was. Komm. Grün. 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 Sehr gut. Grün wollte ich, ja. 100. Investieren. Jetzt kommt Orange. Das muss auch irgendwann mal kommen. Okay. Äh. 100. Orange. Habe ich jetzt grün gewählt oder orange? Grün. 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 Jetzt wo ich das weiß, ist das ja relativ einfach. Wie viel kann ich denn da? Hi, Baria. Glücksspiel kann man süchtig machen. Ja. Ja, Baria. Das kann. Das kann sein. Aber. Wart kurz. Als Gott wird es viel einfacher sein. Ah, okay. 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 Sorry. Hallo zusammen. Als Gott kann ich nicht verlieren. Ah. Zu gut. Rauschunterdrückung ist jetzt an, oder? Sollte passen. Durchweichtheit. Eure Durchweichtheit. Sprechet nicht mit gespaltener Zunge mit mir. Okay. Was nehme ich? 200? So, jetzt wird es gelb. Ups. Trotzdem wieder grün. Okay. Ich habe eigentlich genug. Ich investiere jetzt nochmal. Zwei. Wieder. Bis jetzt waren wir grün, oder was? Ich habe bis jetzt nicht einmal gewonnen. Äh. Ich habe bis jetzt gewonnen. Ah, okay. Ich bin durch. Okay. Kann ich verlieren? Kann ich überhaupt verlieren? Ist das möglich? Nein. Ich kann nicht verlieren. Grün. So, jetzt drehe ich ein bisschen am Rad. Ich drehe am Rad. Ich verliere. Gott verliert nie. Doch. Grün. So. All in. Grün. Let's go. All in in grün. Ich kann nicht verlieren. Ach, gut. Wieder alles zurückgewonnen. Perfekt. Grün. Ich will nur 2000 oder so haben. Ist das verboten? Ich hoffe nicht. Sehr gut. Jetzt nur noch ein bisschen was. Wie hoch ging das noch? Bis 5000, glaube ich, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Nein. Ich muss wieder... ...richtig investieren. Nein. Ich verliere mein Geld. Grün. All in. Grün, 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 grün. Nein. 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 Ich hasse dich. Ah. Das ist verdammt teuer. Das ist verdammt teuer. Egal. Grün. Okay. Komm, grün. Glücksspiel kann süchtig machen, Leute. Wieso habe ich jetzt kein Glück mehr? Kann mir das jemand sagen? War ich zu gierig? Ja, geht wieder. Oh, und schon zu spät. Was? Alles Geld verballert, ja? Ich lebe mein Leben ins Stadion Valley. Ja, bitte. Grün. Das geht gut. Grün. Grün. Bitte. Grün. Nein. Was ist jetzt los? Darf ich nicht über 1000 kommen? Grün. Ich will grün. Gib mir grün. Ja. Ja, das grün. Okay, jetzt reicht's. Ich hab' keinen Bock mehr. Ich hasse sie, Bürgermeister. So. Danke. Ciao. Also, jetzt muss ich mit dem reden. Ich hab' gar keinen Bock. Starte bitte. Ja, mach mal. Da, schau. Da ist was ganz was Tolles. Das gefällt dir. Das weiß ich. Ja. Willi hat schöne Sachen. Ja. Bestes, bestes Zeug. Na, Bürgermeister? Bestes Zeug. Ja, du gehst jetzt nicht weiter. Ja, du bleibst jetzt hier stehen. Nein. Nein. Das Käse. Ich mach' besseren Käse. Sind das meine Sachen? Pierre? Ich glaub', das sind meine. Wir müssen mal reden. Ich komm' mit nem Knüppel vorbei. Oder mit nem Lockenstab. Deine Auslage wurde bewertet. Geh' zurück zu Bürgermeister Levis für das Ergebnis. Okay. Du solltest das eine Art blöder Scherz sein. Die sind privat. Hier nimm die Sterne und erzähl' keinem Menschen was davon. Jetzt geh' deine Auslage aufräumen und bring' mir meine eigenen Eigentum, und zwar morgen. Okay? Ja. Ist mir eigentlich komplett egal, ob's auch ich hab' was bekommen. So. Dann kann ich jetzt gleich noch was kaufen. So. Wieso mach' ich das eigentlich so? Ja, gut. Ich hasse sie, Bürgermeister. Und dann kauf' ich mir noch so'ne Vogelscheuche. Und so'ne schöne Blume. Ciao. Die Unterhose. Ja, die heilige Unterhose. Aber ich glaub', ich geb' die dem Bürgermeister irgendwann wieder zurück. Und ich hoffe, ich kann die dann wieder zurückholen, wenn ich sie brauch'. Keine Ahnung. So, die schönen Blumen da. Die würde ich hier irgendwo hinstellen. Hinterm Baum, wo man sie nicht zieht. Okay. Das würde ich gleich hier abstellen. Ah, die gehört genau hier hin. Schade um die Pflanzer. Aber muss sein. So. Perfekt. Ja, noch ein paar Äpfel mitnehmen. Schadet nicht. Alles meins. Das wird verkauft. Brauch' ich nicht. Das Zeug brauche ich nicht unbedingt. Aber ich lass' es mal so. Ab ins Bett. Dass ich das auch mal wieder schaffe. Gute Nacht, Katja. Hm, hm, hm. Okay. Was wird hier gelacht? Ich hab' das gesehen. Zwei lachende Smileys kamen da jetzt gerade. Ja. Ich seh' das. Hinter meinem Rücken einfach lachen. Das geht auch gar nicht. Oh, wieder so'n Schmetterling ist da. Äh. Sollen wir Wimmelbildspiel machen? Komm. Äh. Wir machen Wimmelbild. Äh. Ich geh' mal davon aus, dass der wieder an der gleichen Stelle ist. Vermute ich mal. So. Regenbogen-Schmetterling. Gibt's gut. Sorry. Was? Ich seh' das. Ich geb' das nichts zu lachen. Sorry. Ah, okay. Okay, okay. Ich seh' alles, Leute. Außer dem bunten Schmetterling. Den seh' ich nicht. Hm. Wo steckst du? Hier kommt. Tscharni. Okay, hier ist er diesmal nicht. Ich seh' ihn hier aber auch nicht. Schreibt sofort da. Da, da. Wenn ihr ihn seht. Ja. Ich seh' keinen. Ich seh' da einen coolen Vogel. Aber sonst nichts. Ah, das ist der Trash-Bär. Äh. Warte, zu dem geh' ich mal kurz hin. Ja, Leute. Ah, der will so'ne... Okay. Eine Seegurke. Hm. Wo steckst du? Äh, Schmetterling. Vögelchen wollte ich schon sagen. Hier wird's am schwersten, weil er hier bewegt sich am meisten. Zeug. Ich sollte einen Kaffee trinken, ne? Bin ich vielleicht ein bisschen schneller. Könnte nicht schaden. Da. 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 wird Liebe gemacht. Das habt ihr nicht gesehen, weil... Mein Kopf davor ist. Glaube ich. Hier ist er nicht. Okay, hier ist er, glaube ich, nicht. Da wird schon wieder Liebe gemacht. Hi, Schleimis. Ciao, Schleimis. Hier auch nicht. Wo ist denn der heute? Oder habe ich ihn schon übersehen? Da ist nichts. Dann kann er nur noch da oben oder am Strand sein. Am Strand hätte ich nachschauen sollen. Am Strand? Ja, er muss am Strand sein. Hier ist er auch nicht. Lauf, Johnny. Lauf. Was ist jetzt los? Ja, cool. Okay, Leute. Kann... Kennt ihr euren Text? Oh, das wird ein spezieller Film, Leute. Ja. 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 Sorry. Was? Bereit, Action. Auf der Weg zur Farm. Ah, das könnte es auch noch sein, ja? Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Ich habe mich wohl geirrt. Schnitt. Ich... Ich... Äh... Schnitt! Es tut mir leid. Wie soll ich an meinen Text denken, wenn ihr Gesicht so direkt vor mir ist. Ja, das ist ein Papagei. Oh, hey. Schau dir meine neue Kamera an. Ja, cool. Der Joja-Konzern veranstaltet einen Werbespot-Wettbewerb. Das Preisgeld ist 10.000. Du kriegst 10.000 von mir, wenn du nichts machst. Die gebe ich dir einfach. Kein Ding. Hey, ich möchte dich gerne in diesen Aufnahmen haben. Einverstanden? Okay. Geh einfach im Hintergrund an Clint und Emily vorbei, während sie reden. Das macht die ganze Szene etwas authentischer. Ja. Hey, wenn da so ein süßer Typ wie ich da hinten vorbeigeht. Ey, da... Dann fokussiert die Kamera nur auf mich. Sorry. Selbstliebe. Vor allem mit dem Dino-Kostüm. Ey, das geht ab. Bin unwiderstehlich. Okay, bereit? Action! Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Du hast mir versprochen, du würdest mich für nichts auf der Welt verlassen. Das war wohl gelogen. Jetzt komme ich mit dem Papagei vorbei. Nein, so ist das nicht. Es ist einfach etwas, das ich tun muss. Es ist mir sehr wichtig. Ich muss einfach diesen neuen Joja Blue Cola ausprobieren. Ja, die Joja Cola, ne? Sie hat den dreifachen Sorbit-Inhalt, der für ein noch besseres, süßeres Trinke-Erlebnis sorgt und sie ist günstiger als Wasser. Ja, weil sie überall im Wasser liegt, ne? Also, ich habe die schon oft geangelt. Aber ist das die Monade nicht ungesund? Du hast mir versprochen. Keine Angst, mein Schatz, das erstklassige Forscherteam im Joja-Hauptquartier hat bestätigt, dass Joja Blue keine bedeutende Abtragung der Magenschleimhaut bewirkt. Also kannst du trinken, so viel du und so oft, wie du willst. Die eigentlich Frage ist, wenn wirst du Blue werden? Glück, 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 sorry. Schnitt. Ja, super. Super, Werbe. Kann ich das dann im Fernseher sehen? Das war perfekt, ja. Und ich auch? Bin ich cool vorbeigegangen? War das cool? Danke für deine Hilfe. Ja, kein Problem. Er ist blau geworden. Er ist ein Schlumpf. Er ist ein Schlumpf. Clint ist Schlumpf. Ist ja Papa Schlumpf. Er weiß. Fragen. Überfragen. Überfragen. Wo ist dieser verdammte Schmetterling? Oh, und Leute, wir sind in Überlänge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Vergesst hier drüben nicht, die Glocke zu läuten. Und in der Infobox hier die Livestream-Termine. Schaut mal rein. Hab euch lieb. Ciao, ciao. Kurz Luft holen. Hui. Hab euch lieb. Ciao. Ciao.